Hey Leute, seit anderthalb Jahren im Einsatz und für mich der perfekte Joystick für den LS22. Link ist natürlich in der Bio verlinkt. Mittlerweile besitze ich zwei Stück davon, unablässig für mich. Ich spiele mit einem Lenkrad und da ist ein Joystick Pflicht. Frontladearbeiten, aber auch so die ganzen Knöpfe, die der Joystick hat. Einfach ideal für den LS22. Ich bin mega zufrieden. Ich besitze mittlerweile sogar einen zweiten für Forstarbeit. Wie gesagt, Link in der Bio. Schaut gerne rein und folgt mir auch gerne, wenn ihr mehr solchen Content sehen möchtet. Mehr Empfehlungen, aber auch einfach nur lustige Clips zum LS22.